Tag 11 des Terrorkrieges gegen Israel und wir wollen uns heute wieder die militärische Lage im Land ansehen. Und wir wollen uns zum einen erst einmal ansehen, wie Israel zu Land, zu Wasser und in der Luft gegen die Hamas kämpft und wie es dabei vorgeht, welche Techniken und welche Taktiken es einsetzt. Wir fangen an mit dem, was wir in den letzten Tagen immer wieder gesehen haben, nämlich massiven Luftangriffen der israelischen Luftwaffe auf Gaza. Und wir haben jetzt endlich einmal Aufnahmen, die auch zeigen, wie diese Luftangriffe vorbereitet werden. Nämlich, es sind nicht wie bei den USA beispielsweise Kampfdrohnen vor allem, sondern es sind weiterhin ganz klassische Kampfflugzeuge hier zu sehen vom Typ F-16, die eben diese Angriffe fliegen. Und wir sehen hier eben, wie schwer beladen die sind. Diese F-16, die haben also zum einen Zusatztanks, die haben zum anderen dann jeweils diese Bomben, die sie abschmeißen. Und sie haben auch für den Fall der Fälle hier Luft-Luft-Raketen, die also möglicherweise auch eingesetzt werden, sollten sie dann angegriffen werden aus der Luft. Diese F-16, wir sehen das hier, starten jeden Tag zu Dutzenden auf Basen in Israel und fliegen von dort aus zum Gazastreifen. Gestern 200 Angriffe hat es gegeben auf Terrorziele der Hamas. Und das, was wir jetzt gleich sehen, sind die Aufnahmen, die wir schon aus den letzten Tagen kennen. Nämlich, wie dann diese Angriffe aussehen, die also gezielt Gebäude angreifen, die von der Hamas genutzt werden. Und wir sehen es immer wieder, wie also einzelne Gebäude hier rausgewählt werden innerhalb dieser doch sehr dichten Bebauung und eben dort zerstört werden. Also ein wichtiger Teil der israelischen Kampfführung eben aktuell noch diese Luftangriffe, die eben dafür sorgen sollen, dass die Hamas möglichst stark geschwächt ist, bevor eben eine Bodenoffensive beginnt. Bevor man also in den Gazastreifen hineingeht und dann dort versucht, die Terroristen direkt am Boden zu bekämpfen und auch komplett zu vernichten. So wurde es diesmal gesagt. Nicht nur eine kurze Operation, die sie schwächen soll. Nicht nur ein paar Tage Krieg, die danach mit einem Rückzug der Israelis enden. Und die Hamas geht wieder genau dahin, wo sie vorher war. Sondern eben diesmal soll es eben ein extrem großer Angriff auf den Gazastreifen werden, der dafür sorgt, dass die Hamas danach nicht mehr in der Lage ist, hier zu regieren. Und dafür haben wir gesehen, dass Israel eben, was wir eben gerade gesehen haben, auf Gazastadt und auf die verschiedenen anderen Städte, die hier oben sind, Angriffe fliegt. Wir wissen aber auch, dass die Bevölkerung in Gaza sich südlich dieser Linie des Wadi-Gaza, also des Gaza-Flusses, zurückziehen soll, damit Israel im Norden eben diese Bodenoffensive vorbereiten kann. Und wir wissen auch aus israelischen Quellen, dass mindestens 600.000 Menschen, der eine Million Einwohner des nördlichen Gazastreifens von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, von dieser Anweisung, man muss ganz klar sagen, der IDF, also der israelischen Armee, Gebrauch gemacht haben. Und trotz des Widerstandes der Hamas, obwohl die Hamas an einigen Stellen Bomben gelegt hat und die Straßen blockiert hat, eben nach Süden geflüchtet sind. Das heißt, wir haben mittlerweile eine Million Menschen, die in Süden geflüchtet sind, zu den 1,2 bis 1,3 Millionen, die dort bereits leben. Das heißt, das ist eine sehr schwierige Situation natürlich für die Menschen dort, weil sie auf so engem Raum leben müssen. Nichtsdestotrotz, die Alternative wäre eben von der Hamas als menschliche Schutzschilde benutzt werden, während eben dieser Angriff der israelischen Bodenstreitkräfte jetzt bevorsteht. Und wir schauen uns ein weiteres Video an, was zeigt, nicht nur aus der Luft, sondern auch aus diesem Bereich, nämlich vom Mittelmeer aus, greift Israel Hamas Ziele an. Hier gibt es neue Aufnahmen einer Korvette der israelischen Marine, die eingesetzt wird, um eben mit ihrer Bordkanone, und das sind wirklich Aufnahmen, die man sehr selten sieht. Hier vorne sehen wir es also, mit ihrer Bordkanone direkt in Richtung Gaza zu feuern und dort entlang des Küstenstreifens eben Ziele der Hamas anzugreifen. Wir wissen, die Hamas hat in den letzten Tagen, oder vor allem am 7. und 8. und 9. Oktober, immer wieder versucht, hier sehen wir es, Israel anzugreifen vom Meer aus. Das heißt, es gab Infiltrationsversuche, dass man mit kleinen Booten losgefahren ist vom Gazastreifen aus, aus diesen großen Stränden, die wir sehen es hier, und dann eben an kleinen Stränden und an Kibbutzen in Israel gelandet ist, um dort eben den Terror zu verbreiten, weit hinter der Grenze. Und insofern ist die israelische Marine hier auch involviert, jetzt zum einen natürlich die Seegebiete zu schützen und zum anderen aber dafür zu sorgen, dass keine weiteren Terrorboote eben ablegen. Und was wir hier ganz gut sehen, ist tatsächlich hier vorne die Korvette und im Hintergrund eben die Küste von Gaza und hier eben die Explosionen, die dort immer wieder erscheinen. Das ist also der Teil von See aus, der eben auch bekämpft, oder von See aus, wie auch gekämpft wird, gegen die Hamas. Wir gucken uns aber am Ende jetzt auch noch die Vorbereitung der Landoffensive an. Und hier gibt es ein sehr interessantes und spannendes Phänomen, nennlich, die Israelis scheinen gelernt zu haben aus dem Krieg in der Ukraine. Wir erinnern uns, in der Ukraine haben am Anfang beide Seiten eben mit Panzern auch gegeneinander gekämpft, haben aber dann gemerkt, dass immer mehr Drohnen, Kamikaze-Drohnen genutzt wurden, um die Panzer anzugreifen, die nicht von vorne oder von der Seite, sondern von oben angegriffen wurden. Und genau, um diese Angriffe von oben abzufangen, sehen wir hier, dass die israelischen Panzer immer mehr der modernen Merkava, noch nicht alle, aber doch immer mehr, wenn wir das ansehen, eben diese sogenannten Antidrohnen-Käfische auf ihren Gefechtstürmen haben. Das heißt, das sind Aufbauten, die jetzt hier aus Stahl gebaut sind, die eben dafür sorgen sollen, dass von oben keine Angriffe auf den Kommandanten oder auf den Kommandoposten eben dieses Merkava-Panzers geflogen werden. Und wir erinnern uns, dass am 7. Oktober die Hamas zum ersten Mal ja auch eben genau, hier sehen wir es nochmal von Nahen, zum ersten Mal auch Drohnen genutzt hat, um eben Granaten auf Merkava-Panzer zu schmeißen. Und hier sieht man es sehr, sehr gut, nochmal dargestellt, hier also dieser Drohnenkäfig, der zum einen, wir sehen, dass diese Stahlelemente hat, die immer runtergehen, dazwischen aber auch so eine Art Fenster oder Plexiglas oder ähnliches, eben damit auch dazwischendurch keine Handgranaten oder andere Granaten von Drohnen geworfen werden können. Wie gesagt, hier ganz gut zu sehen. Die Israelis bereiten sich also darauf vor, dass die Hamas ähnlich wie auch Russland in der Ukraine eben Drohnen einsetzt, also Kamikaze-Drohnen einsetzt, um die Panzer anzugreifen und um eben die Kommandanten von oben zu töten oder zu verletzen, was dann eben dazu führt, dass der Panzer nicht mehr einsatzfähig ist, obwohl er ja an sich noch gar nicht so sehr getroffen wurde, also obwohl er an sich noch feuern könnte. Aber wenn wir verletzte Soldaten da drin haben von der Besatzung, dann ist das Ganze natürlich, dann ist der ganze Panzer wenig wert mehr. Insofern, Israel bereitet sich also darauf vor, eben hier reinzugehen in den Gazastreifen und bereitet sich auf Kamikaze-Drohnenangriffe der Hamas vor. Soviel zum Thema Krieg gegen die Hamas. Wir wollen aber auch in den Norden des Landes gehen. Und dort gibt es neue Videos der Hezbollah, der also der Terrororganisation, die ebenfalls vom Iran unterstützt wird. Und wir haben ein Video von gestern, das zeigt, wie ja doch relativ frei die Hezbollah hier angreifen kann. Wir sehen nämlich einen israelischen Grenzposten, der verschiedene Anlagen hat, verschiedene Sensoren hat. Und wir sehen hier, dass Scharfschützen der Hezbollah von nur wenigen Metern Entfernung eben auf diese verschiedenen Kameras, auf die verschiedenen Antennen usw. schießen, um die der Reihe nach zu zerstören. Und offenbar waren die Terroristen dabei zunächst relativ unbehelligt. Sie konnten also über Minuten hier schießen. Wir sehen jetzt immer mehr, wie kaputt geht. Hier sieht man eine Kamera, die abgefahren ist. Vielleicht können wir das mal vorher und nachher uns ansehen. Hier also der Moment quasi. Da sehen wir die Kamera noch und da sehen wir, wie sie runterfällt. Also hier gerade. Die Hezbollah scheint hier einen Angriff vorzubereiten. Das heißt, sie scheint erstmal dafür sorgen zu wollen, dass die Israelis taub und blind sind, wenn man so möchte. Indem ihre verschiedenen Grenzposten eben so beschossen werden, dass sie nicht mehr in der Lage sind, angreifende und sich näherende Hezbollah-Kämpfer zu erkennen. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass gestern der iranische Außenminister gedroht hat, die sogenannte Achse des Widerstandes, also eben Hezbollah, die Houthis, die Hamas, der islamische Dschihad und alle anderen Terrororganisationen, würden nicht mehr länger zusehen, wie Israel im Gazastreifen Krieg führt, sondern würden eben, Zitat, in den nächsten Stunden präventive Maßnahmen ergreifen, um Israel anzugreifen. Insofern die Lage gerade im Norden, wir können uns das nochmal ansehen, im Norden des Israels eben sehr bedrohlich, weil man doch davon ausgehen kann, dass die Hezbollah, die ja jeden Tag hier angreift, die also jeden Tag mit gelenkten Panzerabwehrraketen beispielsweise auf israelische Grenzposten und Panzerschießt, die aber auch zum ersten Mal jetzt ungelenkte Raketen eingesetzt hat, dass diese Hezbollah eben einen größeren Terrorangriff vorbereitet. Und wir sehen hier nochmal diese Grenzregion zwischen Libanon und Israel. Und was wir eben wissen ist, dass seit gestern hier 28 kleinere Ortschaften evakuiert wurden von der israelischen Armee, nämlich in einem Streifen von zwei Kilometer entlang der Grenze. Und was wir heute Morgen gehört haben von arabischen Medien ist, und das ist ziemlich bedenklich, dass die Hezbollah diese Gegenden, unter anderem die Stadt Mithula, jetzt hier als legitime Militärziele erkennen. Warum? Weil sie behaupten, Israel habe ja die Zivilisten evakuiert. Das sind Zehntausende insgesamt Zivilisten, die hier evakuiert wurden. Jetzt seien dort bloß noch Soldaten. Und jetzt könnte die Hezbollah ja diese Städte angreifen. Also eine sehr eigenartige Logik, die aber auch von arabischen Medien wie Al Jazeera heute Morgen verbreitet wird. Die Hezbollah scheint weiterhin darauf zu setzen, eben das israelische Militär im Norden Israels anzugreifen. Und wenn man den iranischen Verlautbarungen hört, zuhört von gestern Abend, ist es bloß noch eine Frage der Zeit, ehe auch hier eine neue massive Terrorfront gegen Israel eröffnet wird.